Herzlich Willkommen liebe Sportsfreunde zu einem neuen Video auf dem Halbgottschmiede-Kanal. Wir sind immer noch im wunderschönen Lockout 76 in Neckar-Bischofsheim. Kommt hier mal auf jeden Fall vorbei, wenn ihr hochqualitatives Equipment im Raum Baden-Württemberg-Heilbronn nutzen wollt für euer Training. Darum soll es aber gar nicht gehen an dieser Stelle, nur ein dicker Shoutout an die Jungs, die mich hier drehen und trainieren lassen. Es soll um das Thema der richtige Ton gehen, Musik und Leistungsfähigkeit. Viele von euch wissen natürlich, dass ich Metalhead bin, ich glaube man könnte optisch auch auf die Idee kommen, dass ich sogar in einer Metalband spiele. Heißt das jetzt, ihr müsst unbedingt Metal hören? Der eine oder andere mag jetzt gleich sagen, so ein wenig Schrei kann ich mich gar nicht anhören. Nein, es soll allgemein um die Verbindung psychologisch quasi zwischen Musik, anregend oder auch beruhigend, und eurer Leistungsfähigkeit gehen. Schon in den 70er Jahren wurden Studien durchgeführt, das ist immer ganz wichtig heute alles mit einer Studie zu belegen, in denen man festgestellt hat, dass bei einer relativ monotonen, repetitiven Ausführung von Handlungen Musik helfen kann und sogar definitiv hilft. Das heißt, die Probanden haben länger gebraucht für eine bestimmte Handlung, wenn sie sie einfach so ausgeführt haben im Vergleich dazu, wenn Musik lief. Und dann gab es verschiedene Musikrichtungen, die ausprobiert wurden, entweder ruhige Musik, dann war es trotzdem schon besser als komplette Stille, dann anregende Musik, es war noch etwas besser. Und wenn man dann sogar geschmacklich die Musik laufen lässt, die jemandem gut gefällt und da kommen wir genau zum Punkt, dann ist es noch besser. Krafttraining, vor allen Dingen auch Bodybuilding und Hypertrophietraining ist natürlich eine relativ eine repetitive Sache, das heißt, man wiederholt sehr häufig das, was man ja quasi in den Wiederholungen macht. Mehrere Sätze, gleiche Übung, ähnliche Wiederholungen. Das heißt, hier kann die Musik, die du gut findest, dir auf jeden Fall helfen und sie wird dir auch helfen, das besser und effektiver ausführen zu können. Es ist nicht hundertprozentig klar, was genau im Hirn passiert. Wir wissen aber, dass durch Musik eben die typischen Areale angeregt werden, Dopamin auszuschütten, die halt für Freude im Hirn verantwortlich sind. Dabei hat man dann verschiedene Tests auch über die letzten 40 Jahre, seitdem diese ursprüngliche Studie durchgeführt wurde, 50 Jahre mittlerweile fast, ich denke immer so an die frühen 2000er. Also es ist schon einiges an Material dazugekommen, wo das immer wieder detaillierter untersucht wurde. Unter anderem eben auch mit den Hörern von extremerer Musik, das heißt entweder härteren Techno oder auch extrem Metal, also sehr, sehr schnelle Musik, sehr, sehr harte Musik, die quasi geschmackliche Zuwendung erfordert, damit man sie überhaupt konsumieren kann und möchte. Und tatsächlich war es so, dass in einer Kontrollphase, einem Kontrollintervall ohne Musik die Herzfrequenz eher runterging, aber das Aggressionspotenzial, wenn man vorher gereizt wurde, nicht unbedingt. Das Aggressionspotenzial ging durchaus mit einer gesteigerten Herzfrequenz herab, obwohl dann wiederum die aggressive, theoretisch aggressive Musik gespielt wurde. Das zeigt uns also, dass das, was uns gefällt, was uns geschmacklich zugeschnitten ist, uns definitiv anregt und leistungsfähiger und leistungsbereiter auch gleichzeitig macht. Ja, im Endeffekt ist das jetzt sicherlich ein Video, wo du sagst, hm, das ist mir doch ganz klar, natürlich weiß ich, dass ich mit Musik besser klarkomme. Fakt ist aber, dass es auch nachweislich so ist und nicht nur etwas, was wir für uns selber fühlen. Das gilt übrigens nicht nur für Tätigkeiten wie das Training, sondern auch für Lerntätigkeit, für Ausarbeitungstätigkeit. Also selbst wenn du am Schreibtisch sitzt, kann die Musik, die du magst, dich unterstützen, das besser verarbeiten zu können, besser denken zu können, als wenn du einfach in Stille arbeitest. Also, was ist dein Musikgeschmack? Welche Musik ziehst du dir beim Training rein? Hörst du Rockmusik, hörst du Metal, hörst du Techno, magst du es vielleicht sogar lieber, wenn es ruhig ist und hast gar keinen richtigen Musikgeschmack bisher entwickelt? Das ist so das Typische, wenn man sagt, ich höre einfach alles. Prinzipiell spricht da nichts dagegen, wenn man sozusagen Populärmusik mag, ob die in Charts kommt oder nicht. Wenn es dir gefällt, ist es die Musik, die dich unterstützen kann. Mich interessiert also dein Musikgeschmack, deine Erfahrung. Damit hast du vielleicht sogar bestimmte Songs, bei denen du absolut maximale Leistung abrufst, so wie bei mir. Mein absoluter Lieblingssong für Maximalgewicht, Wader mit Wings. Also, wer Bock hat, eine ordentliche Ladung Death Metal aus Polen auf die Ohren zu kriegen, zieht sich den Song mal bei YouTube rein. Ich bin gespannt auf deine Kommentare und freue mich auf den Daumen nach oben und dein View beim nächsten Video mit Braggenslayer Mode, dein Tetzel. Ich bin gespannt auf deinen Tetzel. Untertitelung des ZDF, 2020